Willkommen zurück in Tellurien und wir müssen immer noch der Spur folgen. Ich habe jetzt noch ein bisschen aufgewertet. Mein Charakter soweit wie ich konnte, es wird ja nur immer teurer und immer schwerer. Man kann immer weniger Eiltränke kaufen, mit dem ich mich die ganze Zeit über Wasser halt. Aber naja, was soll's. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier hoch oder was? Uiuiuiui, Alter, die Steuerung ist komplett lost. Jetzt müssen wir wieder hier rein oder was? Ja, die Spezialfähigkeit gereift. Kann ich das jetzt öffnen? Nein, die ist halt immer noch verschlossen. Was soll denn die Scheiße? Rudi! Wie soll ich jetzt hier rüberkommen, ne? Ja, ok. Da drüber. Muss der Anlauf nehmen. Wenigstens funktioniert das, die Fähigkeit. Der Impuls der Seleniten im Kampf, der Impuls einer selten zu dienen kann, kann am Kampf eingesetzt werden. Ok. Dieser Angriff. Ja, Alchemie Kapseln. Ja, ja. War ja klar, das ist nicht umsonstes. Das ist aber ein schöner Angriff auf jeden Fall, der gut schiebt da. Jo, ruhig durch. Ich hab einfach mal Ausbaueprobleme, weil ich das scheiß Mutool rausgenommen hab. Meine Fresse, Alter. Das bockt ja überhaupt nicht. Nein, der ist eigentlich ja nicht. Kommt durch. Ja, scheitert dein Drecksstrom, Digga. Na, das willst du machen, ja? Ja. 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 Ich darf ja echt nicht ins Wasser fallen, weil die Prinzessin kann ja schwimmen. Wo ist denn der Kompass? Jetzt müssen wir da hier hoch. In Ernst? Wie steht irgendwas in der Pussy? Oder? Scheiße schafft denn? Okay, das war ein Free Kill. Die Alchemie Kapseln, die kannst du schön verkaufen. Da gibt's ordentlich Cash im Shop, Alter. Nein. Genau wegen sowas hasse ich das Spiel. Ey, das kann doch jetzt nicht ernsthaft sein, oder? Dass ich jetzt hier so hart rein scheiße. Ernsthaft? Alles nochmal? Nur weil ich ins Wasser springe? Und der Schrotthelm hier einfach ne... Weil der Schrotthelm einfach ne schwimmen kann. Das ist halt eine Frage, ne? Theoretisch kannst du ja einfach straight durchmarschieren. Und das einfach auf die Gegner scheißt. Wieso kann ich davon ja irgendeinen Tagdown machen? denALLER Das hier ist gut. Das ist Scheiße, dein Erlicks. Die Erlicks sind leider nicht. Das ist gefährlich. Sie ist weg. Die Erlicks ist das nicht. Sie sind besser. Oh, da gab es auch noch mal eine Kunsttür her. Man kennt halt wirklich auf alles scheißen. Scheiß auf dich. Verpiss dich. Ey, komm. Was soll denn der Dreck, Digga? Es ist gewundert, dass du hier 30.000 Spielstunden für das Game brauchst, Digga. What the fuck? Das ist doch scheiße, Digga. Bist du, jetzt muss ich wieder gegen die VC unten kämpfen, Mann. Da steht auch bloß da mit seiner Handkanone, Alter. Und richtet ihr auf mich und warte, bis er nachgeladen hat, die Erde. Also wer keine Geduld hat, da darf das einfach nicht zocken. Das ist halt so. Das ist alles so langwierig in dem Spiel. Oh Mann, ey. Ich bin schon gleich direkt mal stolz, Alter. Oh oh, bin ich falsch? Ne, ich bin recht. Okay. Das ist ein Zeug, das ist ein Kackhubel hier. Und dann? Okay, wir müssen doch hierher reisen. Okay, Luxemburg. Okay, ich habe gar nichts verstanden, aber wir machen das schon. Was geht denn hier oben? Lackiert, jawohl. Eine Spinne. Nö, was kann denn das Dreckviel, Alter? Oh, was kann denn das Dreckviel? 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 easy noch mal essence das wird auf jeden Fall dann schmecken beim Baukaufen wir müssen ja durch das ist halt eine Frage, wäre ich lieber auf Stärke gegangen? ich habe keine Ahnung würden die Kämpfe aber halt nicht so lange dauern das ist teilweise so nervig come on um guck hier Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Neue Klamotten. Die schauen wir uns gleich mal an. Oh, keine Panzerung. Das ist schön für den Verkauf. Das war's für heute. Kommst gleich dran. Tschö mal, schuppelst du den Sack hier. Das war's für heute. Das war's für heute. So muss das gehen? Und wo lang? Komm, Boss? Was ist denn das von der Missgeburt, Alter? Das war's für heute. Das ist ja schön, ne? So macht das schon Bock, ne? Die Podis haben wir auf jeden Fall zum letzten Mal abgehangen. So dumm. Ich wollte grad sagen, wenn du den Scheiße kaputt machst, dass nie was drin ist. Das war's für heute. 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 So halten die uns auf jeden Fall auf Trab, Alter. Sag's dir ehrlich. Das war's für heute. Ich bin schon Plug-Man- headgeist! Auf硬手. Das war's für heute. Komm schon! Danke! Okay. Mach an! PV%, aktiv Israel. Okay. Hauptsache, du kannst deine Dreckskombus machen, du hessischer Schwanz, Alter. Scheiß Schrothafen, Alter. Für einen Rückweg habt ihr auf jeden Fall gesorgt, hier. Man kriegt jetzt deutlich mehr Essenz, ich hab jetzt schon wieder 8000, Alter, na gut, man braucht doch jetzt viel, ne. Ich würde mal interessieren, wie weit mein Spielfortschritt ist, aber. Ja, moin. Schaut mal, was hier ist, der Checkpoint. Das heißt, Video beendet, weil sonst sieht sich das so sehr in der Länge. Wenn das, dann sehen wir ja dann hier im nächsten Video. Also falls es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Also haut rein. Also haut rein.